In Ihrem Koalitionsvertrag steht, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, wir stellen die Weichen auf eine sozial-ökologische Marktwirtschaft und leiten ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen ein. Zitat Ende. Richtiger hätte es heißen müssen, wir stellen die Weichen auf eine unsoziale, ökoreligiöse Planwirtschaft und leiten ein Jahrzehnt der Volksverarmung ein. Sie schaffen eine linksgrüne Käseglocke fernab jeglicher Realität. Die Menschen, Herr Habeck, werden unter dieser Käseglocke ersticken, und zwar nicht an zu viel CO2.